Die halten, was Sie versprechen. Mit den neuen Sicherungshalterungen mit Verzurgurt für den BMW Fahrradheckträger Pro transportieren Sie E-Bikes und Carbon-Fahrräder einfach und sicher. Sie brauchen nur die aktuellen Haltearme an Ihrem BMW Fahrradheckträger Pro auszutauschen. Bereit? Los geht's! Entfernen Sie die vorhandenen Haltearme. Zeit für das Upgrade. Entriegeln Sie den Verzurgurt und drücken Sie den Spannhebel, um den Gurt ganz zu lösen. Drehen Sie den roten Knopf nach links und drücken Sie ihn. So öffnet sich die Sicherungshalterung. Platzieren Sie die Halterung am Rahmen des BMW Fahrradheckträgers, lassen Sie den roten Knopf los und drehen Sie ihn nach rechts, um alles zu sichern. Nun bringen wir Ihr Fahrrad stabil auf dem Fahrradträger an. Positionieren Sie den Sicherungshebel am Fahrradrahmen und spannen ihn mit dem Verzurgurt fest. Aber Achtung, keine Schalt- oder Bremszüge einklemmen. Fädeln Sie den Verzurgurt ein und fixieren Sie ihn mit dem Spannhebel. Doppelt hält besser. Bringen Sie die zweite Sicherungshalterung genauso an, um ein weiteres Fahrrad zu sichern. Verzurgurte verriegeln und fertig. Die Radtour kann starten. Sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um alle Vorzüge Ihres BMW kennenzulernen. Untertitelung des ZDF der Hai.